Ahoi ihr Lieben! Heute soll es uns um das Sachsenbad in Pieschen gehen. Das wurde Ende der 1920er Jahre gebaut, um der gesundheitlichen Versorgung der Pieschener Bevölkerung nachzukommen. Seit 1994 ist es jedoch sanierungsbedürftig und geschlossen. Alle Anläufe, daran was zu ändern, sind bereits versandet. Jetzt jedoch entscheidet der Stadtrat in den kommenden Wochen, ob das Sachsenbad von einem privaten Investor erworben werden darf oder eben nicht. Das ist besonders wichtig, weil der Investor daraus Bürogebäude, eine Sauna oder auch einen Wellnessbereich machen möchte. Das hat natürlich nichts zu tun mit einer Vorstellung von einem Schwimmbad für die Allgemeinheit. Viele Bürgerinnen sind deshalb auch nicht einverstanden. Die Bürgerinitiative des Propition e.V. sowie Wir Piraten setzen uns dafür ein, dass die Entscheidung des Stadtrates nicht getroffen wird bzw. gegen den Verkauf getroffen wird, so dass ein Bürgerinnenforum ins Leben gerufen werden kann, dass wir Bürger selber entscheiden können, was in Pieschen mit dem Schwimmbad geschieht oder nicht. Wie kannst du mitmachen oder dich einbringen? Es läuft zurzeit eine Unterschriftenaktion über eine Petition, die wir euch unten verlinken werden. Es liegen aber auch für die analogen Freundinnen und Freundinnen Listen aus in verschiedenen Orten, in Pieschen, in der Apotheke oder auch in der Bibliothek, wo ihr diese Petition mit unterschreiben könnt. Fordert euer Recht ein, mitentscheiden zu können, wenn es um eure Stadt geht. Lasst Wasser in das Sachsenbad.